Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 4. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily, 964. Und heute springe ich für Nachhinein. Die heutigen Themen, Hörstudio, lokales Gesetz, WhatsApp, SpaceX, Outlook und Nest Hub. Ich beginne gleich mit einem Apple-Thema, das um den Bereich Hörstudie, Gehörstudie im Genauen geht. Apple hat ja seit der Apple Watch 4, muss es sein, weil meine geht ja nicht, also die 3er. Genau, eine Funktion drin, die euch hilft, euch zu erinnern, wenn ihr euch in einer zu lauten Umgebung befindet. Dann kommt, sofern ihr das nicht abgeschaltet habt, eine Meldung, dass ihr eben in einer zu lauten Umgebung seid. Und das ist jetzt eineinhalb Jahre her, zumindest seit sie das Ganze für die Studie aufarbeiten. Das geht zum einen an die University of Michigan, Apple und auch die Resultate gehen auch an die WHO. Natürlich alles anonymisiert und so weiter. Da hat man herausgefunden, dass 10% oder einer von 10 Teilnehmern im 10% über dem durchschnittlichen Wert, von dem die WHO sagt, dass man nicht sein soll, ist. Also man ist in einer zu lauten Umgebung, einer von 10 Menschen. Des Weiteren sind da noch weitere Details herausgekommen, wie, dass 20% der Teilnehmer einen Hörverlust haben, laut WHO-Standards. Und dass 25% der Teilnehmer einige Mal pro Woche ein Klingeln oder sonstige Zeichen im Ohr haben, Pfeifen etc., was in Richtung eines Hörschaden zeigt. Das sollte man, wenn man davon betroffen ist, sicherlich anschauen. Ich hatte im letzten Jahr auch mal so einen Fall, dass ich über ein paar Wochen lang ein Pfeifen in den Ohren hatte, schon den Schiss hatte, ein Tinnitus zu bekommen, weil familiär vorbelastet. War dann zum Glück nicht so, aber dennoch war es nicht schlecht, habe ich das abklären lassen. Also wer solche Funktionen hat, ist ja das gleiche wie mit der Herzproblematik etc., dann sollte man es aktiv lassen. Vor allem auf einem Gerät wie das von Apple, was ja sehr anonymisiert und mit dem Datenschutzgedanken dahinter ausgewertet wird. Dann gibt es ein lokales Gesetz, das Apple in Frankreich dazu zwingt, einen sogenannten Reparrierbarkeitsindex auszuweisen. Damit müssen Hersteller, die in Frankreich verkaufen, belegen, wie gut das ihr Gerät zu reparieren ist. Der Index setzt sich aus 10 Punkten zusammen und da ist man dann irgendwo eben zwischen 0 und 10 Punkten. Bei den iPhone 11 Modellen waren sie zum Beispiel bei 4,5 beziehungsweise 4,6 Punkten. Bei MacBook Modellen liegen sie zwischen 5,6 und 7 Punkte. Was da genau abhängig ist und wie die einzelnen Faktoren sind, das könnt ihr nachlesen. Links sind wie immer in den Shownotes auf daily.giktok oder im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken und Nachlesen. Die selbstzerstörenden, in Anführungsflusszeichen, Nachrichten von WhatsApp kommen anscheinend gut an. Man hat ja die Möglichkeit da, Messages, die sich nach sieben Tagen von alleine auflösen. WhatsApp sagt, damit kann man den Chat einigermassen sauber halten und übersichtlich halten. Das gleiche soll jetzt auch für Bilder kommen, sodass Bilder nach dem Anschauen sich wieder in Luft auflösen. Man soll dabei auch keine Screenshots machen können etc. Braucht man halt oder dann geht halt der Trend zum Zweizwarpfond. Dann fotografiert man halt einfach das Telefon ab oder legt es auf den Kopierapparat. Ne, Scherz beiseite. Das war früher mal der Fall. Oder so ähnlich. Dann gibt es Neuigkeiten von Elon Musk. Der möchte um sein Starbase-Projekt herum eine Stadt bauen. Und Starbase ist so die Area, wo sich SpaceX niederlassen möchte in Texas für die ganzen Raketentests, die sie eben mit SpaceX machen. Und Elon Musk spinnt da wieder mal ein bisschen herum und möchte da gleich eine komplette Stadt rundherum bauen. Finde ich nicht mal so verkehrt. Die Leute in der Nähe halten, ihnen gute Infrastruktur liefern, ihnen Freude bereiten, sodass sie bei der Arbeit glücklich sind. Weshalb nicht? Er kann es ja noch verbinden mit diversen Teslas, die da rumkurven und die Leute nach Hause bringen. Wahrscheinlich auch noch Teststatt für autonomes Fahren werden. Und gleichzeitig kann er noch die Ziegel verbauen, die er da mit diesem anderen Projekt, dessen Namen ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Auf jeden Fall traue ich das dem Elon Musk zu, dass er da was tut und dass das Ganze auch schlussendlich funktionieren wird. Weiter geht es mit Outlook. Microsoft wird da nächstens mal ein bisschen rumschrauben und ein paar grössere Änderungen machen. So zumindest beschreibt das ein Blogpost auf der techcommunity.microsoft.com Seite. Da hat das Outlook-Team beschrieben, dass man einiges ändern möchte oder anpassen möchte, weil aktuell braucht der Mensch für das normale Arbeiten zu viele Tools, um das Ganze zu gewerkstelligen können. Und das möchte man jetzt eben zusammenbringen. Man hat sich ein bisschen an Trello orientiert. Informationen kommen da quasi als Karten auf den Kalender. Ich bin mal gespannt, wie das kommen wird. Zu guter Letzt habe ich noch Neuigkeiten für alle Google Nest Hub Nutzer. Also das Sprachassistenten-Gadget aus dem Hause Google mit dem Display. Da hatte man bis anhin acht verschiedene Uhrendesigns. Da kommen jetzt neue dazu. Freut euch, wer so einen hat und schon mal was Neues haben wollte. Für alle anderen, ja, es ist jetzt halt so. Genau. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch einen guten und schönen startenden neuen Tag. Und wenn es klappt, bis morgen wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.